ich bin soweit ich habe nur eine koreanische flagge naja ist also ähnlich kpop ich bin breit ich ziehe mir jetzt überhaupt mal erst was an uns was von lag und bei mir hat das aber echt ich weiß nicht warum sie schon da vorne ist weil ich mir als d gedruckt habe das hier auch wieder hast du doch diese rauf wieso fällt zu euch war auch roten doch scheiße steht da geht gar nicht so mal da hinkommen so hole eins bis hier ja da bin ich ganz so falsch ist gerade hingewandert ja so eine komische ja so hole eins komme ich auch gar nicht da redest du angemacht schäm dich okay ich habe irgendwas aktiviert ich glaube man kann in alle rein aber das witzige ich habe irgendwas aktiviert ich weiß das ist pro bewegung glaube ich oder pro sekunde da hinkommen ja auch ein wunderschöner dritten advent wie geht es dir oder euch macht und macht doch mal was normales doch ja genau nee ja nee ich weiß zwar nicht wo da hole 2 gewesen sein soll aber ich gehe trotzdem noch mal lang dass du seinen spaß dran haben dass du nicht ausgefliegt und scheiße du bist ja wirklich ausgeflogen kannst du wieder und scheiße hallo wir haben frisches verloren hallo 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 ist ja schön, aber wo bist du denn? Wo bist du? Ich bin drin. Äh, oh, ich, äh, ja. Ja? Ja? Hm? Zu viel Info. Äh, ja, uns geht's soweit gut, Tata. Und euch? Ist, ist soweit alles schön? Außer, dass es dunkel ist. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Ja, dann, Frischers. Völlig losgelöst. Von der Erde schwebst das Saumschutz. Frischers gar nicht mehr da, 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 da. Was geht da? Was's up? Eine ganze Menge, das Foxy. Eine ganze Menge. Fick zum Foxy. Ja, der hat hier mit dem Bike geupdatet. Ah. Nein. Und das ist, das ist aber seltsam, dass es dann nicht hier unten bei mir ankamen, diesmal. Für gewöhnlich, wenn bei dir was updated für gewöhnlich geht bei mir alles drunter und rüber. Ging gar nichts mehr. Äh, wir sind kaputt vom Laufen, aber sonst geht's. Und das ist gut. Kaputt, das geht vorbei. Ah, vom Saufen wieder. Das war ja klar. Kaputt vom Saufen. Normal. Wer kennt das nicht? Ja, ja, ja. Du sollst da nicht runter. Alter, ja. Kannst du kurz gleich wieder eine normale Map anmachen. Das geht mir gerade so ein ganz kleines bisschen echt auf den Zissel. Ja, beendet's und lad mich neu ein. Dann mach ich noch eine andere Racing Map an. Nein, keine Racing Map. Doch, ich, ich, nein, ich wollte nur, ich wollte nur eine Racing Map heute machen. Ja, ist jetzt erledigt. Ist ja gut. Nee, eine komplette. Aber wir gehen trotzdem einmal raus, damit wir Fotos wieder einladen können. Nee, mach. Doch, doch, doch. Nein, bloß nicht. Ich will nicht. Doch. So, Kaios, gehst du einmal aus der Map raus? Nein. Nein, ich bin raus. Ah, okay, das ist gut. Ich bin ein Schlappelchen. Ich bin ein Schlappelchen. Aber die hast auch, das liegt an der Map, dass man da rausfliegen muss. Ja, an Racing Maps, da fliegen wir raus. Nee, es lag wahrscheinlich eher daran, dass ich die Map geschlossen habe. Ja. So, komm, dann machen wir was kurzes Knackiges. Was kurzes Knackiges. Och, redest du von mir? Ja. Oh, was? Warte, ich dachte gerade, das dauert ein wenig, weil, äh, Geufelt ist das Megaspiel. So, das spricht man ja nicht von dir. Ja, hab ich schon gelesen. Ich ignoriere so. Ja, ja. Das glauben, dass die Leute auch noch. So. Achso, du hast mich ja eingeladen. Nee, ich hab dich eingeladen, ja. So, OnlyFans. Alles klar. Äh, ich meine, man muss hier durch die Ringe springen. Es gibt da so Ringe, durch die man durchspringen muss. Nö, ist das schon wieder so eine Map? Ich hab doch gesagt, wenigstens eine Racing Map möchte ich heute haben. Aber Kaya hat schon aufgegeben, der lebt noch nicht mal. Ja, ich, äh, ich, ähm. Ja. 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 Ich bin voll dabei. Ich bin voll dabei. Jetzt habt ihr meinen Ball gar nicht genossen eben. Ich hab den so schön eingestellt. Nee, stimmt. Ich hab den Ball nicht einmal gesehen, glaub ich. Zumindest nicht drauf geachtet. Ich glaub ich auch. Was ist denn das jetzt für eine Map? Ist das wieder was Asiatisches? Nee, das ist ein Dungeon drin. Und dann muss ich mich umziehen. Männer. Ohne Scheiß. Das muss passend sein, ne? Also ist zielgerecht. Naja. Ich bin weiterhin Citrus Cäsar. Ja, mach mal. Huch, wurde sie schon wieder raus? Was ist, was ist denn los mit ihm? Weiß ich nicht. Also am Ende kann es eigentlich nicht liegen. Tschüss. Ja. Wieso bist du immer raus? Ich bin schon wieder raus? Ja. Und hier bin ich nur drin. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Oh, vor schon startet das Spiel. Was ist denn heute los hier? Er nutzt ja das Internet aus. Wäre es aber dann bei dir eigentlich auch so? Ja, ja. Wäre es bei mir auch so. Jetzt bin ich raus. Ach, hier kommt. Nee. Hier gibt es gar nichts mehr. Sollen wir erst mal eine Runde ohne dich starten? Nein. 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 Frisches? Nein. Frisches? Hallo? Ich weiß nicht. Du war bloß. Sag mal, sag mal. Frisches. Hallo? Toll. Toll. Technik, die begeistert. Tschüss. Nicht ohne Frisches Start. Können die mich nicht. Nicht ohne Frisches? Fühlen und nicht, nee. Hi. Ja, ich starte mal das Scheißding hier neu. Also sollen wir erst mal eine Runde ohne dich starten? Jojo, macht mal das. Das dauert 20 Sekunden. Okay. Jetzt drück hier. Mach das Zirkin rein. Ach, warum? Alter, mach das Zirkin rein. Ja, sonst kannst du auch nur eine Minute warten, wenn du willst. Alles? Die Map ist nicht lang. Die Map ist nicht lang. Es sei, na gut. Mein PC geht noch nicht mal runterzufangen. Ja gut, siehste. Frisches? Ich höre ihn oben reden, aber ich höre hier unten nichts. Dann hörst du ihn, das ist ja die Hauptsache. Ja, ich höre ihn aber halt du über mir. Ich höre ihn nicht auf dem Ohr. Ich verstehe nicht, was er sagt. Außer, dass er, glaube ich, gerade lalalala macht. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob er wirklich lalalala gemacht hat. Denk dran, durch die Ringe springen, wenn dann welche da sind. Da zum Beispiel. Ja, wie Sonic halt, ne? Durch die Ringe. Ja. Durch die Ringe. Hui. Hi. Und an die Plattform. Oh Gott. Bis, kommst du, ah. Kamst du durch, oder? Reicht es, wenn einer öffnet? Ja, ja, nee, ich komme jetzt durch. Ah, okay. Nein, nein, ah, ja, ich habe ihn berührt. Ich bin durchs Loch. Scheiße, ich nicht, ich trüber. Mann. Ich glaube, es reicht, wenn du sie auch nur antickst. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin bei einem direkt auf dem Rand gelandet. Nee, 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 man muss schon durch. Echt? Man muss schon durch. Okay. Also, dann bin ich aber zurück. Ich meinte mir nicht schlimm, wenn du ihn nicht verstehst. Ey, du hast ja super Maps ausgesucht. Ja, ich weiß. Ja, ich bin begeistert. Ich kann das nur nicht so ausdrücken. Das ist nur die eine. Du musst nur das Rennen hier zu Ende laufen. Das ist nur die eine Map. Ja. Da gibt es keine 30 Stück. Wir haben Fruchtus verloren. Ich bin weg. Ich muss kurz sagen, wir haben Fruchtus verloren. Ja, dann wird es, wir haben Fruchtus verloren. Weee. Weee. Ich mache aber gleich Random Maps an. Also, dann kommt es zufällig. Dann bin ich nicht mehr schuld, wenn irgendwas passiert. Weil du Rendum gemacht hast. Was? Wenn du Rendum gemacht hast, dann bist du trotzdem schuld. Nö. Dann ist es das System. Ich kann ja nichts dafür, was die, das System auswirkt. Ah. Ja. Ja. Mal auf dem Schieben. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Was für ein Momentum. Wie man redet mit mir. Was? Wer weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wie suche ich hier schon nicht auf? Was habe ich verpasst? Hä? Ah, okay. Das war normal, dass man das machen musste. Ich war hier doch durch. Also, durch. Hast du auch die Dinger an der Wand erwischt? An der Seite, ja. Ja, ja. Habe ich angetitcht. Irgendwas habe ich vergessen. Wort. Ich würde dir eher gerne zugucken, aber ich bin leider noch nicht durch. Weee. Weee. Ich zerstöre hier gerade irgendein komisches Monster. Äh. Das Ding macht mir gerade minimal Angst. Ja, es macht bläh. Es macht verrückt. Weee. 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 Nein, ich bin noch hinten weg. Er ist so voll auf Stolz, denke ich so. Juhu. Das klappt. Lol, ich sehe dich irgendwo über mir, ne? Hä? Wie kann ich denn über dir sein? Weiß ich nicht. Ich habe dich da irgendwie... Ich habe zumindest deinen Namen am Himmel gesehen. So, jetzt kann ich dir zugucken. Bitte nicht. Bitte nicht. Da musst du jetzt erstmal hochkriechen. Ja, genau. Ja, fein machst du das. Na, komm, du Kleiderball. Komm. Ich bin schon klar, dass ich da hoch muss. Komm. Komm. Ihr Feini. Ihr Feini. Ja, halt den Schnabel, ey. Das Ding ist schon aktiviert. Da brauchst du nichts weitermachen. Frusches? Frusches? Ja. Ah. Der isst irgendwas. Ich nicht. Nee? Ach so. Du musst da links runter. Äh. Und dann musst du irgendwie warten. Ich? Nee, nee. Kajus. Ach, Kajus. Ich mach mal ne Brille auf, ey. Du musst da schon, glaub ich, unten bleiben. Ja, aber wie lange denn? Genau deswegen. Jetzt bist du zurückgesetzt. Ich muss den Weg wieder zurück. So lange, bis sich das Bild irgendwann ändert. Ich würde es dir ja gerne im Stream zeigen, aber so weit kann ich leider nicht zurückspulen. Du wirst dann irgendwann wegteleportiert. Ey, wie ist denn das gemeint da im Chat? Was? Von Tata? Ja. Nein, du musst da. Ja, ja. So, und da rollst du jetzt einfach nur ein bisschen hin und her und. So, ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Oh. Irgendwann müsste da eigentlich was passieren. So, Nuka soll ein bisschen nach vorne hin. Gehen. Vielleicht auch ein bisschen da runter gehen. In der Hoffnung, dass du nicht zu weit gehst. Wie gesagt, irgendwann tauscht sich das Bild. Okay. So war es halt bei mir. Oder du gehst halt nochmal ein bisschen weiter runter. Zeig mir das jeden Fall an. Ja, dann geh da mal hin. Guck mal, dann voll. Genau. Das ist gut. Ah. Und ich meine, ich bin wieder am Anfang. Nee, ist alles richtig. Ah, okay. Ist alles richtig. Vielleicht müsstest du auch irgendwelche Monster sehen. Ich hab den ersten noch nicht mal leer. Das hat er nicht. Den Arm mal tauschen. Danke. Danke, mein Schatz. Oh, ist der heiß. Was ich hab nicht gesagt. Team Pöck, hallo und dir einen schönen dritten Advent. Wie geht's dir? Ja, heute ist mal Golfit dran. Ich hab noch ein Loch 1. Ich hab noch ein Loch 1. Das gibt nur ein Loch. Deswegen sag ich, die Map geht eigentlich recht schnell. Sorry, ich war schnell hoch. Äh, nee, er braucht noch. Nee, er braucht noch. Nee, er braucht noch. Ich glaub, er geht in die, geht, ich weiß nicht. Gehst du in die falsche Richtung? Ich glaub, du musst... Ich weiß nicht, in welche Richtung ich hab gerade muss. Ernsthaft. Selbst ernsthaft. Oh, nee, komm. Ja, doch, er ist richtig. Ah, okay. Dann geh ich nach oben. Okay, danke, mein Schatz. Bitteschön. Danke. Du bist gleich am Ziel, Kajos. Oh! Okay, ich bin schlecht. Ich geh nicht offline. Das braucht gleich Kajos. Was? Ja, mir geht's mal ganz gut. Das war immer noch ein bisschen Bauchvieh. Siehst du, hast es geschafft. War das jetzt so schlimm? Also so kurz fünf bis zehn Minuten entfernen. Also eher fünf Minuten. Dann können wir ohne dich da. Ja, oder so. Weil mein Bruder kommt dir vorbei. Der bringt mir noch was. Ich geh nur hinten raus, nimm das entgegen. Ah, ein Bier. Ja, du bist bei dir eben noch bei A1. Also, dann machen frisches und ich erst mal alleine. Ja, dann macht genau, macht mal. Weil ich glaube, die Map wird bei dir nichts. Äh. Hast du das? Bestimmt. Du hast recht. Eine Weihnachts-Map. Ja, gut. Da guck ich, ich bin, ich bin gleich wieder da. Okay. Ja, bis gleich. Ich höre die Musik hier gar nicht in einem Spiel. Nee, die ist so leise irgendwie. Ich meine nie. Ich bin auch so leise. Ich habe mich das auf der letzten App schon gefragt. Oh, was war das? So. Jetzt. Oh, ey. Wo muss man denn hier ganz hin? Ich bin noch am Anfang. Der Zitrus-Seder ist noch am Anfang. Ja, ich habe mich jetzt so am VASD gewöhnt. Ach so. Ja, das gute alte VASD. Hoch. Muss man da hoch? Oh, ich bin verhungert. Es ist schräg gekommen. Ich hasse mein Leben. Nee, hängst du da jetzt? Ja, ich glaube. Ja, dumm. Ja, ne? Ich hatte so einen Du-Ass. Nein! Nee, da musst du nicht hin. Nein! Ja, nur schräg ging es nicht. Gerade nicht schräg. Ach so. Nur schräg ging es nicht. Oh, ja stimmt. Gerade muss er auch noch schräg ergehen. Wo muss man denn hin? Ich glaube, da mussten wir langsam und sachte rüber. Ach so. Ja. Und das liegt mir nicht. Langsam und vorsichtig. Das liegt mir nicht nur. Ach so, hier muss man hin. Das ist ja funny. Oh, hier ist das Läucher direkt. Der Zitrus-Seder hat eingelocht. Magie des Zitrus-Seder. Heißt. Oh, ich bin die Fisch-Prinzessin. Ich bin die Fisch-Prinzessin. Ah! Was war das? Mir ist mein Ding buntergefallen. Uh, das ist aber hart. So. Mal abkürzen. Eine sehr gute Frage. Hoch. Hoch. Hier aber einmal kurz rausgetappt und alles verstellt. So. Oh. Schimpfst mich nicht. Schimpfst mich nicht. Was hast du denn da auf dem Kopf? Sei doch. Ich bin eine Prinzessin. Wie geil. Das will ich auch haben. Warum hast du so was Tolles? Ich will das auch haben. Nein! 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 Ja. Ich habe jetzt nur einmal Nein geschrien. Ich bin noch erstes. Ich hole dich noch ein. Hä? 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 Warte, da steht was. To look around. Ah, ja. Okay. Hä? Ach, du musst ganz langsam. Ganz langsam. Ich bin aus dem Geschenk rausgefallen. Ich bin aus dem Geschenk rausgefallen. Das ist ein Geschenk, wo wir drin sind. Oh, echt? Ja. Huch. Boah, ich sehe nichts mehr, ey. Da muss ich, glaube ich, hin. Nein! Ja! Nein, am Loch vorbei! Wo bin ich denn jetzt? Stopp in die Richtung. Hä? Hä? Äh, die Rache. Ich bin hier nicht da drunter, oder? Nein! Ja! 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 Mein arme Schatzilein. Du musst da, wo das Windrad ist. Ja, ja. Ich helfe dir ja nur. Auch keine Hilfe. Ich meine ja nur. Einfach die Lache. Oh Gott! Meinst du meine? Es ist bekannt als Hexenlache. Tatsache. Oh, 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 oh. Ich werde öfters als Hexen bezeichnet. Ich weiß gar nicht, warum. Nein! Warum gehst du in den Seelenweg-Richtung? Weil ich genauso denke wie du. Okay, diesmal nicht. Aber diesmal habe ich auch gesehen, wo du lang bist. Ja, ich lieg perfekt. Nein, ich lieg nicht mehr perfekt. Bleib da liegen! Nein! 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 Oioioioioioioioioioi! Nein! 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 Nein, ich habe nicht versucht zu pusten. Ähm... Nichts! Zu doll gepustet. Nichts! Mit Gefühl. Als wenn da... Genau. Deins Loch ein würde. Ja, ja. Als wenn ich dich küssen würde, ne? Ne, nicht so grob, bitte. Okay. Dann nicht! Hier bin ich ja blöd. Hi. Hier ist ich noch beschützter. Entschuldigung. Ach nee. Du kleine Fischprinzessin. Gleich für die Schlinge, glaube ich. Ich hole dich ein. Riech nach Fischprinzessin. Nein! Da kann ich nicht mehr springen. Oh, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Da ist ein Gravity-Feld. Langsam. Oh. Hä, wie bist du nur gesprungen hier? Kann man nicht springen? Ich habe keine Ahnung. Hier geht es nicht. Guck mal. Ich weiß nicht, vielleicht ein Bug. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Hier kann man nicht springen. Geht nicht. Na gut, ich glaube auf Eis kannst du sowieso nicht springen. Und ich glaube, das war so ein Glückstreffer. Ich glaube, ich habe dich überholt. Ah nee, gleich stand. Okay. Eine Mutter hat mich überholt. Oh, bitte nicht. Oh. Das war zu hoch geschlagen. Gut, dass sie nicht springen wollte. Nein, 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 nein. 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 Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ja. Nein, 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 nein. 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 Ich bin drüben. Ich noch nicht, nein, jetzt ins nächste, genau ins Gegenüberliegende. Nein, wo geh ich denn jetzt hin? Nein, 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 nein. Ach, komm. Lieg zwischen den Geschenken und dann Tannenbaum. Schön. Mir fehlt der Käse. Ich weiß nicht, wo man hier hin muss. Ich auch nicht. Mir fehlt immer noch der Käse. Ist das richtig? Weiß ich noch nicht. Ja, ist richtig. Du musst in den Trichter. Du musst in den Trichter. Da war ich drin. Ich bin oben auf dem Rand liegen geblieben. Ja, du musst genau die Mitte treffen. Oh. Genau. Das war perfekt. Nein, dieser eine Punkt, ey. Doch. Doch. Nein. Ich rolle weiter und weiter und weiter. Der sah aber geil aus. Der sah geil aus, weil hier irgendwie ich da geflogen bin. Ja. Ich dachte auch nur so, was? Was? Die kleine Prinzessin, roll. Roll Prinzessin, roll. Roll in deinen Albtraum. Roll in deinen Albtraum. Oh Gott, wer ist das? Ey, die Prinzessin redet mit mir. Wo bist du? Ja, geh ich noch. Nein. Was macht ihr denn da? Alter, hast du Glück, ey. Bin ich hier richtig? Ja, du bist ja richtig. Nein. Alter. Was hast du denn für einen Dusel? Was ist denn ein Dusel? Glück. Ach, Glück. Warte doch einfach. Ich fahre da runter. Genau ins Loch. Wenn ich irgendwann mein Best-Offs mache, das kommt da rein. Uh. Unglaublich. Ja, Geil-O-Mat, Alter. Geil-O-Mat 3000. Huch. Geil-O-Mat 3000. Oh. Nein. Guck mal. Guck mal hier hin? Oh, fast wieder raus. Nein. Oh, was ist das denn? Hä, wo muss man denn hin? Ah, da muss man hin. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, ist das ein Arsch. Nein! Ich dachte, ich wäre gerettet gewesen. Oh nein. ja ja hüpfen muss aber ist nicht so komform dass sie so ja ich weiß ja nicht ich bin drin was wirst du von mir ja alles verzögert das war zu gott wollte ich gerade sagen ich bin machen rein rein unsere frischprinzessin will nicht da ist oh nein nein ach komm okay probieren wir das hier okay es war zumindest richtig ich komme noch nicht mal die dinge rein ich bin drin ich auch ich weiß nicht ob mir das gefällt was hier gerade passiert warum vertraut dem portal nicht besser geht es ja nur gar nicht oder was machst du denn weiß ich nicht einfach total genommen und dann ja und so genau so weit und scheiße hier so richtig bin da bist du richtig bitte brauchen mehr schläge bitte brauchen mehr schläge bitte brauchen mehr schläge oder nicht er schafft das doch brauche es nicht doch ja trotzdem es reicht aber nicht deswegen es reicht einfach nicht steigt lang ja ich weiß was fahrungert extrem fahrungert back back ich habe mir einfach nur die treppenstufe zunutze gemacht ich trau mich gar nicht großartig zu schlagen ja klar ich habe ja vorher geguckt wo ich hin muss ja ja auch vorbei das hast du davon oh gott ich liebe dich ich habe dich auch aber ich meinte dich gerade nicht jemand den ball Nein, 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 nein. Was? Hä? Nein! Hast du das gesehen? Nee, aber hast du Mais gesehen? Nee. Nein! Ich brauch nur 6 Schläge. Schön für dich! Ich hätte auch ein weniger gebraucht, wäre nicht wieder zurückgerollt. Ja, heute wäre Wenn und Aber. Nein! Alter! Sie übertreibt keine Ahnung! Ohne Scheiße, ich hab voll langsam gemacht. Ich hab dich gebumst. Hab ich gespürt. Das ist gut. Danke! Oh Gott, ich liebe dich. Diesmal bist du gemeint. Der Ball? Hättest du mir nicht gebumst, während wir da drauf waren, wäre ich nicht drüber gekommen. Ich wär runtergefallen. Okay. Ja. Schlägst du mal? Achso, ich überleg grad, welchen Winkel ich nehme. Ei! Hey! Da konnte ich nichts für. Wo muss ich überhaupt hin? In das Rad. In das Rad. Geile Serie, da muss ich unbedingt weiter gucken. Ich bin aber nur nicht über die dritte Folge hinaus gekommen, glaube ich. Nein! Bleib lieb! Nein! Alter, Selbstmordball. Selbstmordball. Oh! Matchboxball, Alter. Matchboxball. Achso, falls irgendjemand mitmachen möchte, ne? Kann er das gerne tun. Ja, Kaya! Mach mit! Noch ist die Möglichkeit dazu. Ich bin ja fast da. Ich bin ja fast da. Oh! Hä? Müsst ihr halt erstmal euer Dingsler Wuster beenden. Wo muss man jetzt hin? Nee, das war falsch. Ups. Ah doch, war richtig. Wir müssen nach oben. Hä? Und wie komm ich nach oben? Ah! Über die Rachen. Okay, so komm ich nach oben aber. Oh! Irgendwie. Oh! Oh! Okay, jetzt liegt mir... Oder? Nee. Juhu! Lol! Fall ins Loch! Pogi! Ich... Das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Er wird panisch. Juhu! Du hast es auf die nächste Ebene geschafft! Juhu! Nein! Die Katzen sind da irgendwie im Weg. Aber ich habe es leider nicht anders hinbekommen mit den Katzen. Nein! Die waren leider so. Nein! Nein! Kannst du mir mal bitte... Nein! Jetzt muss es die nächsten Stunden sein, aber morgen übermorgen... Das eine Emote, was du bearbeitet haben musst. Kannst du mir das mal schicken? Ähm... Kann ich dir jetzt schnell schicken? Fritz Bohr hier noch ein bisschen. Muss nicht jetzt sein, wenn du Zeit hast. Nee, nee, das dauert ja nicht lang. Der Ordner müsste eigentlich hier noch... Mit dem letzten Schlag bin ich oben und... Ah! Knicklich, Alter! Knicklich! Ähm... WhatsApp. WhatsApp geht nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich so weit hinten. Also dazu müsste ich es erstmal auf WhatsApp laden. Oder mir zumindest auch WhatsApp wieder auf dem PC machen. Aber ich kann es dir trotzdem einmal kurz über Discord schicken. Äh... Wenn es ihm möglich ist, dann... Ja, oder ja, mach da, mach da, dann kann ich es mir aufs Handy landen. Äh... Was denn? Ich meine... Also, es geht nicht explizit um das Emote, aber allgemein um die Art, die... Art der Emotes. Äh, jetzt geht's schon weiter? Ja, 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 ich weiß. Kann ich nochmal sagen? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich sehe das alles aus. Ich bin nämlich schon drin. Was? Ja, klar. Hä? Und wie? Äh, mit Schwackes. Äh... Okay, Frage. Normalsschmackes oder ganz viel Schmackes? Boah, ich hab ganz viel gemacht, aber ob das richtig war, weiß ich nicht. Das ist alles falsch. Okay, ich hab... Ich hab... Ich hab erstmal nochmalsschmackes gemacht, aber... Ah, das war gut. Okay. Nein, über die, über die Kante... Ja! Ja, hast du schon. Hast du schon fast. Oh Gott. So. Das war der Sicherheitsschlag. Ach, da ist das Loch drin. Okay. Nein. Oh! Ah. Solche Löcher sind ja deine. Mit diesen Kanten. Das sind nicht so meine Löcher. Boah, ein Punkt, ne? Ein Punkt. Oh! Hä? Ah. Ich warte, ich hab's richtig vor. Oh Gott, bist du weit gekommen. Echt? Ich bin mega verhungert, ey. Ich bin mega... Ach, du Scheiße. Ernsthaft? Da hinten? Okay. Nein! Ich bin jetzt nicht geflogen. Okay, das war zu doll. Alter, wieso kommst du immer so weit? Weiß ich nicht. Ich hab irgendwann irgendwas mal umgestellt. Und seitdem komm ich immer relativ weit. Aber frag mich bitte nicht was. Es ist aber nicht immer gut. Wie jetzt gerade. Oh! 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 Darf ich hier liegen bleiben? Ja. Bitte. Ja, darfst du. Da lag ich nämlich eben auch. Oh! Nein! Steig glanz! Steig glanz! Nein! Nein! Und jetzt entscheidest... Das gewinnst du. Oder... Pass auf! Beide gleich. Das wäre natürlich geil, wenn wir beide Erste wären. Ich bin nicht vor dir liegen! Ich bin nicht vor dir liegen! Ich bin nicht vor dir liegen! Hey! Hey! Oh ja, Gott sei Dank! Hast du den Jobo angemacht? Eigentlich nicht! Ich hab sogar gerade rausgetappt! Alter! Alter! Ich seh nur deine Blitze hinten rauskommen aus dem Puppes! Ja, aus dem Puppes! Oh! 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 Und ich hab auch ganz jeml! So... Bi- Oh! 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 Ich hab deine Blumenkrone gekriegt. Schwimmt. Wie geil. Ich hab Senegal-Flagge gekriegt. Weißt du, letztens hab ich Urlaub gemacht. Flieg ich im Flieger, ne? Dann haben die gefragt am Flughafen, wo sollst du hingehen? Ich so, oh, mein Senegal. Danke, ihr Lieben. Glühpunsch. Ja, den hab ich noch. Und wieder eine Random-Map. Na ja, bist dabei. Kajos. Kajos Optus. Kajos Optus. Kajos Optus. Kajos Optus. Kajos Optus.